ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab da kaum Batschkarten mit denen Ich werd's abkacken Ah mal sehen Ob ich die Chance habe Malfurion gegen Guldan Eure Seele wird mir gehören Ich muss die Wildnis schützen Alter Geilo Zwei giftige Spinnen derweil Stellt acht Leben wieder her Aber Warum ruft Oh mein Spott Sternenring Fügt ein Einen Diener fünf Schaden zu Oder Feindlichen Dienern zwei Schaden zu Alter Ist das nicht dein Ernst oder Ich warte mal Ja 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 Ey Ja Na das war sowas von klar Das war sowas von klar. Jetzt müssen wir nochmal warten. Ich glaube es passt. So, jetzt müsste er den angreifen. Du hast Faxung, Alter. Deine Ration. Wir haben den. Das könnte man machen. Alles klar, okay. Wir haben den. Wir haben den Diener zum Schweigen. Hm. Hm. Doch, ist alles offen. Hm. Oh Gott. Eure Magie wird euch nicht retten. Für die Wildnis. Jetzt muss ich das mal benutzen. Okay, jetzt benutzt er deine Hand. Du nicht nehmen Kerze. Oh, das ist doch klar, ey. Alter, wie viel. Ne, ich gebe auf. Ich gebe mich sicher. Das ist eigentlich einfach zu heftig. Einfach zu heftig, Alter. Was hat der für Karten? Naja, außer... Was meine? Ich habe ja mit 10 Basiskarten. Das ist eigentlich gar nichts. Ich versuche, dass es normal weiter nicht zu heftig ist. Wahrscheinlich, ich muss zu drücken. Alter. Okay. Das dauert aber lange. Ah. Malphurion gegen Maiev. Ah. Niemand entrennt meinem Zorn. Ich muss die Wildnis schützen. Anregen. Ah, die beite ich mir mal. Gegner wird noch aus. Alter, das ist doch deine... In dein Ernst, ey. Was ist das für Karten hat er denn? Was für einen Deck hat er? Ah, nein. Ich spiele da. Boah. Für die Wildnis. Für die Wildnis. Zwei Mana-Kristalle. Also, kriege ich dafür zwei Mana-Kristalle dazu. Die Wildnis-Kristalle. Das ist ja,ミ行了. Aaaa. Der Post-Wolf-Klan ist bereit. Oh, ich glaube, ich muss den weg. Ich? Was? Oh mein Gott, der Licht-König! Er ist eigentlich der Licht-König. Ja, er kriegt mich nur direkt an. Ach ne, er kriegt mich nur direkt an. Alter, was ist das denn für eine Karte? Das war's. So elementar. Meine Güte. Hm, was soll ich bloß tun? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Alter, was zur Hölle? Was ist das denn für eine Karte? Hm... Ich bin ein Meister der Magie! Das war's! Ups! Hoppala! Hahaha! Vielleicht hätte ich das mir nochmal anschauen sollen. Klon-Kapsel! Was hat... Was hat der für eine Karte, Alter? Was hat der für ein Karte, Alter? Oh nein! Nicht die Siad-Kunden, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Ich bin in der Sonnenbrunnen läutern! Es bleibt nur ein Häufchen Asche! Oh mein Gott! Ah ja, Mann, äh die Dinger! Ja, hast du da Maul? Am besten so machen, bevor er mich angreift. Man, wie viele Blüten hast du, ey! Hör doch mal aus damit! Hau ab! Für die Wildnis! Das war's! Es ist gut, dass ich die beiden haare. Das sind ja auch züchtige Flücher. Alter, diese Klingblüten, Alter! Hör doch mal auf damit! Ja dankeschön, ey! Das ist doch ein echten Schlaf, ey! Das ist doch ein echten Schlaf, ey! Das ist doch ein echten Schlaf! Das ist doch ein echten Schlaf! Das ist doch ein echten Schlaf! Ach ja, das ist doch ein echten Schlaf! 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 Ach komm, ey! Das ist doch nicht dein Ernst, ey! Das ist doch ein echten Schlaf! Das ist doch wohl ein witz, ey! Eure Magie wird euch nicht retten! Für die Wildnis! Das war's! Das ist doch wohl ein PC. Das ist unfassbar. Wenn ich jetzt nicht die Karte kriege, die ich haben möchte, dann kriege ich das auf. Ganz einfach. Das ist doch ein Scherz ey. Eure Magie wird euch nicht dritten. Eure Magie wird euch nicht dritten. Eure Magie hat euch nicht dritten. Eure Magie ist ein Scherz. Eure Magie ist ein Scherz! Eure Magie ist ein Scherz. Hier wird es einfach den... Da wird es einfach aufgehen, ey. Eure Magie ist ein Scherz. Hier kommt der Flieger! Alter, in den leeren Mana ist das falsch. Zieh alle, zieh eine Karte, ihr könnt nur 10 Mana in euer Leisdampf. Klaue? Fülle die Gefildnis! Stimmt! Ok, jetzt hat er wieder eine Karte. Also das ist jetzt wirklich... Spitze Garde, Alter! Ich hoffe, dass ich meine Erfindung erfahre. Mögen meine Vorfahren über mich nicht. Aber ich habe gewonnen. Gut gespielt. Ich bin nicht mein Wunsch! Es ist eigentlich ein Karte, wie ich sein will, wenn du nicht als eine Unbeziek schlägt. ich habe gedacht ich verliere aber nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht na gut das waren 18 minuten wenn ich mal auf dem weiterspielen und wir sind uns bis dahin